Taxi Tod und Teufel Folge 2 Schweigegeld mit Inselblick von Lena Karmann Es liest Elena Wilms Prolog Die hinteren Fenster des alten Lieferwagens waren von innen überstrichen worden. Durch das Loch, das der Mann in die Farbe gekratzt hatte, konnte er genug sehen, ohne selbst gesehen zu werden. Der rostige und verbeulte Transporter stand am Rand des Parkplatzes, der zu Hannes Hansens Heringsboot gehörte. Dem Imbiss von, wie sollte es anders sein, Hannes Hansen, der als einziger Palinghuser noch vom Fischfang lebte. Jetzt, ein paar Wochen vor Ostern und damit vor Beginn der Saison, kümmerte es niemanden, dass da eine alte, klapprige Karre abgestellt worden war. Wer zu Hannes wollte, um frischen oder frittierten Fisch zu kaufen, ging als Palinghuser ohnehin zu Fuß, weil das Dörfchen kaum groß genug war, als dass sich eine Autofahrt gelohnt hätte. Erst mit Beginn der Saison wachte Hannes wie eine Furie über den Platz und verjagte jeden, der nicht zu seinen Kunden zählte. Der Mann beobachtete, wie ein paar Fußgänger in Richtung Hafen schlenderten oder von dort kamen. Die meisten von ihnen kannte er vom Seen. Nur ein paar waren Touristen, was man auf den ersten Blick feststellen konnte. Die erkannte man daran, dass sie Palinghus nur auf dem Display ihres Smartphones erlebten, da die gesamte Umgebung fotografiert und gefilmt wurde, anstatt sie auch mal mit eigenen Augen unmittelbar zu bewundern. Sein Blick wanderte zurück zu der Toreinfahrt auf der gegenüberliegenden Straßenseite, da dort eine Bewegung auszumachen war. Ein Mann mit einer wüsten, grau-braun-blonden Mähne trat von links in die Durchfahrt. Er kam aus dem Büro, in dem Augenblicke zuvor das Licht ausgemacht worden war. Er ging nach hinten, um einen letzten prüfenden Blick auf den Hof hinter dem Gebäude zu werfen, dann kam er nach vorn und zog die beiden Torflügel zu. Der Mann sah genau zu, wie sich das Tor schloss und ihm die Sicht auf das gelbe New Yorker Taxi nahm, das dort gemeinsam mit anderen Fahrzeugen darauf wartete, von James Todd repariert zu werden. Er nickte zufrieden, denn dort drüben würde ihm mit Einbruch der Dunkelheit endlich das gelingen, was er so vergeblich versuchte. Während James Todd das Tor mit einem Vorhängeschloss sicherte, tastete der Mann nach dem Bolzenschneider und lächelte beruhigt. Jetzt musste er nur noch Geduld haben. Zum Glück hatte sich die Wolkendecke immer dichter zusammengezogen, sodass es schon etwas früher dunkel genug sein würde, um sich ans Werk zu machen. Letztlich wartete er doch noch fast drei Stunden. Dann kletterte er nach vorne auf den Fahrersitz und machte die Tür auf. In dem Bereich des Parkplatzes, der nicht von Scheinwerfern ausgeleuchtet wurde, konnte er mühelos bis zum Straßenrand gehen. Er hätte eigentlich die Straße überqueren können, ohne auch nur einmal nach links und rechts zu sehen, weil das Risiko eines Unfalls auf Pallinghusens Straßen in der Nacht sehr gering war. Aber er wollte das Schicksal nicht herausfordern, erst recht nicht jetzt, nachdem es ihn auf eine so harte Probe gestellt hatte. Er sah nach links und nach rechts. Dann ging er zielstrebig auf das Tor zu, setzte den Bolzenschneider an und knackte das Vorhängeschloss. Er drückte das Tor weit genug auf, um schnell nach drinnen huschen zu können. Dabei fluchte er leise, weil er wieder einmal daran erinnert wurde, dass er bereits seit einer Ewigkeit mindestens zehn, lieber aber 15 Kilo abnehmen wollte. Irgendwie war aber immer wieder irgendwas dazwischen gekommen. Zum Beispiel das Abendessen, murmelte er bissig und drückte das Tor ganz behutsam hinter sich zu, um kein Geräusch zu verursachen, durch das womöglich jemand auf den Einbruch hätte aufmerksam werden können. Er knipste seine Taschenlampe an und ging weiter bis auf den Innenhof, der nicht einsehbar war. Im zur Straße gelegenen Teil des alten Ziegelsteinbaus der Werkstatt gab es nur das Büro, sowie weitere Zimmer, die als zusätzliche Lagerräume dienten, wie James Todd ihm vor einer Weile mal erzählt hatte. Rechts von der Werkstatt befand sich eine ehemalige Fischfabrik, die in den Jahren seit ihrer Schließung keinen neuen Pächter mehr hatte anlocken können. Das schmucklose, kantige Gebäude dahinter war eine alte Lagerhalle, aus der gleichen Zeit wie die Fischfabrik und die Werkstatt. Perfekt, flüsterte der Mann und ging um das New Yorker Taxi herum auf die Beifahrerseite, fasste nach dem Griff der hinteren Tür und atmete erleichtert auf, als er feststellte, dass sie sich öffnen ließ. Er beugte sich vor, stützte sich mit der einen Hand auf der Rückbank ab, dann fasste er mit der anderen zielstrebig darunter und griff ins Leere. »Was?« schnaubte er ungläubig. »Das ist doch der verdammte Wagen!« Er beugte sich weiter vor und nahm die Taschenlampe in die rechte Hand. Dann leuchtete er unter den Sitz. Vielleicht hatte er nur an den falschen Platz gegriffen und das gesuchte Objekt war ein Stück weit in Richtung Mitte der Sitzbank gerutscht. Dummerweise konnte er sich wegen des Türschwellers nicht so flach auf den Boden legen, um unter die Bank sehen zu können. Verärgert stand er auf und sah sich um. Sein Blick fiel auf einer Eisenstange, die gegen die Hofmauer gelehnt stand. Er nahm sie, schob sie unter die Sitzbank und zog sie nach oben. Die Bank bot zuerst beharrlich Widerstand, aber dann war doch der Punkt erreicht, an dem die Hebelwirkung der Stange stärker war. Die Sitzbank machte einen Satz nach oben und plumpste dann so nach unten, dass sie in den Fußraum hinter den Vordersitzen kippte. Der Mann griff wieder nach der Taschenlampe und atmete immer hastiger und frustrierter, je weiter der Lichtkegel wanderte, ohne das zu erfassen, was er sich zurückholen wollte. »Verdammig nochmal!«, fluchte er leise und starrte mit ungläubigem Blick vor sich hin. Zwei Tage zuvor »Ganz schön warm für Ende März«, fand Sarah, gerade als sie das Ortsschild von Pallinghus passierten. Vor ihnen lag das kleine, gemütliche Dorf, das früher ein typisches Fischerdorf gewesen war. Obwohl sich nur wenige Meter hinter dem Ortsrand die Nordsee bis in die schiere Unendlichkeit erstreckte, schien für jeden Pallinghuser in nördlicher Richtung die Welt an einer hohen grünen Mauer zu enden. Der gewaltige Deich war bis auf die Windmühle, in der Sarah mit ihrem Ex-Mann wohnte, das alles überragende Bauwerk, das sich nach links und rechts erstreckte, so weit das Auge reichte. »Ich kann das irgendwie nicht glauben, dass zwischen euch beiden nichts mehr läuft«, entgegnete Britta nachdenklich. Britta, das war Britta Kerstenbach, eine ehemalige Schulfreundin von Sarah, die Anfang Februar nach gut 20 Jahren Funkstille plötzlich vor Sarahs und James Mühle gestanden hatte. Angeblich, weil sie mal eine Auszeit hatte nehmen wollen, bis sie schließlich mit der Wahrheit herausgerückt war. Tatsächlich hatte sie nämlich ihren Mann verlassen, nachdem der sich als Betrüger im großen Stil entpuppt hatte. Das Ganze war ihr so peinlich, dass sie sich bei niemandem aus ihrem Verwandten- und Bekanntenkreis blicken lassen wollte. Hatte sie doch dort überall mit ihrem so unglaublich erfolgreichen Ehemann angegeben. Sarah war die Einzige, bei der sie hatte unterkommen können. Eigentlich nur für ein paar Tage, aber mittlerweile waren schon sieben oder acht Wochen daraus geworden. So genau wusste Sarah das nicht, und das wollte sie auch gar nicht wissen, weil sie nicht Buch darüber führen wollte. Solange Britta sich nicht bloß den ganzen Tag bedienen ließ und aushalf, wo sie nur konnte, hatte weder sie noch James etwas gegen sie einzuwenden. Dass Britta wandlungsfähig war, hatte sie bereits bewiesen, da sie ihre Kleidung nicht mehr in erster Linie nach Stil und Eleganz auswählte, sondern nach Zweckmäßigkeit und Wetterfestigkeit. Auf Schuhe mit hohen Absätzen verzichtete sie schon lange, seit ihr klar geworden war, dass sie in Pallinghus entweder auf Kopfsteinpflaster oder auf Gehwegplatten unterwegs war, die sich mit der Zeit in alle Richtungen geneigt hatten. Auch die empfindlicheren Stoffe blieben im Schrank, da allzu oft mit Regen zu rechnen war. Ein Schirm war hier oben an der Küste mit das Sinnloseste, was man bei sich führen konnte, da ein Windstoß genügte und man konnte nichts weiter mehr tun, als dem Schirm einen guten Flug zu wünschen. Der Wind hatte Britta auch dazu veranlasst, ihre blonden Haare deutlich kürzen zu lassen, da die bei einer Böe nicht nur ihr ins Gesicht geweht waren, sondern auch jenem, der in dem Moment gerade neben ihr ging. So viel zu Brittas Wandlung. Als Sarah jetzt allerdings Brittas Bemerkung hörte, musste sie unwillkürlich die Augen verdrehen. Sie hatte mit dem Thema Wetter erreichen wollen, dass ihre Freundin nicht schon wieder über die Gründe für Sarahs Scheidung zu spekulieren begann. Doch der Versuch war eindeutig daneben gegangen. Ist halt so, gab Sarah mit einem leisen, frustrierten Seufzer zurück. Hatte er eine Affäre? Nee. Hm. Hattest du eine Affäre? Himmel, nein. Hast du eine Affäre? Hatte ich nicht und hab ich nicht und werd ich auch nicht haben, entgegnete Sarah geduldig. Ich bin schon mal von mir. Wenn er doch nicht mitmacht, ist es nicht mehr so, ist es nicht mehr so, ist es nicht mehr. Vielen Dank.